Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video erhältst du ein Praxisbeispiel der Signal Iduna. Hier konnten wir Beiträge in Höhe von fast 3.700 Euro pro Jahr einsparen und das bei wirklich absolut vergleichbaren Leistungen. Wie immer in unseren Kundengesprächen möchte ich dir jetzt einmal darstellen, wie sich das Leistungsspektrum hier verhält. Wir beginnen immer mit den Nachteilen, die natürlich erstmal zu akzeptieren werden, weil ansonsten macht der Tarif überhaupt gar keinen Sinn, aber eben auch zu den Vorteilen und schlussendlich dann auch zum Thema Beitragsersparnis. In dieser Tarifkonstellation wechselt der Kunde von einer Selbstbeteiligung von 130 Euro auf 900 Euro pro Jahr. Wichtig ist hier jetzt, dass Sehhilfen alle zwei Jahre zu 100% bis 225 Euro erstattet werden. Bisher wurden die Gestelle bis 130 Euro erstattet und die Gläser voll. Hier muss man natürlich bedenken, dass wenn ich eine Gleitsichtbrille brauche, ich hier einen Nachteil habe, der aber kaufmännisch gerechtfertigt ist durch die Ersparnis, die ich generieren kann. Nehmen wir also beispielsweise mal an, in Zeitfenster von drei Jahren kauft sich dieser Kunde eine Gleitsichtbrille von, sagen wir mal, 700 Euro. Dann wäre ja hier der Nachteil, wovon das Gestell dann meinetwegen 200 Euro kostet und die Gläser 500 Euro. Dann wäre der Nachteil hier, beim Gestell würde er 70 Euro nicht erstattet bekommen, ansonsten die Brille voll im alten Tarif, das heißt also von den 700 Euro würden in diesem Beispiel 630 Euro erstattet. Im neuen Tarif wären es nur 225 Euro, um es leichter rechnen zu können, sind es also 400 Euro weniger, die ich in drei Jahren weniger erstattet bekomme. Aufs Jahr gerechnet, 400 durch 3, habe ich also einen Nachteil von 133 Euro pro Jahr, also rund 11 Euro pro Monat. Diese 11 Euro pro Monat in Relation zur monatlichen Ersparnis, da wird sehr, sehr schnell klar, dass das hier in keinem Verhältnis steht, dass die Brillenleistung hier relevant wäre. Des Weiteren ist hier bei der ambulanten Psychotherapie eine Beschränkung im neuen Tarif auf 30 Sitzungen pro Jahr, während es bisher ohne Sitzungsbegrenzung war. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein Nachteil ist, weil an und für sich ist es so, dass es, wenn ein Psychologe und ein Mensch, der diese psychologische Hilfe in Anspruch nehmen möchte, zusammenfinden und ein Dritter die Rechnung zu 100% bezahlt, dass es alleine auf Basis dieser Konstellation wenig Grund gibt, für beide sich jemals wieder zu trennen. Das ist jetzt auch nicht ironisch gemeint, sondern es ist tatsächlich ja so, dass der eine damit sein Geld verdient, der andere diese Hilfe sucht und benötigt und demzufolge natürlich die Interessenlage jetzt nicht groß ist, dass man sich da wieder trennt. Von daher ist grundsätzlich für alle Versicherten in einem Kollektiv eine Sitzungsbegrenzung nach oben, wenn sie denn angemessen hoch ist und das würde man hier bei 30 Sitzungen sicherlich attestieren können, eine grundsätzlich sinnvolle Geschichte. Was haben wir noch? Inlays werden hier behandelt wie Zahnersatz und werden damit zu 80% erstattet. Bisher waren das 100%, so ein Inlay wird zwischen 150 und 200 Euro kosten. Diese 20% wären dann halt eben hier eine zusätzliche Selbstbeteiligung, wenn das mal erforderlich sein sollte. Ja, der Tarif hat generell eine Zahnstaffel von maximal 12.000 Euro pro Jahr. Auch das ist natürlich prinzipiell erstmal ein Nachteil. Theoretisch könnte ich ja mein komplettes Gebiss oben wie unten in einem Jahr durchsanieren lassen. Dann kann das auch mal mehr als 12.000 Euro kosten. Die Frage ist natürlich, ist das generell notwendig und sinnvoll? Hier kann man sicherlich auch die Maßnahmen über mehrere Jahre strecken und dann situativ die Sache handhaben. Das wäre sicherlich grundsätzlich von Vorteil, auch was das Thema Schmerzen und Schmerzempfinden angeht. Von daher sehe ich persönlich darin kein Problem. Wenn du jetzt allerdings natürlich 10 hast, wo du genau weißt, das steht jetzt akut an, macht das natürlich keinen Sinn. Wenn das aber nicht der Fall ist, ist das ein Thema, was wirklich gut zu verschmerzen ist. Dann hat der Tarif hier ein Preis-Leistungs-Verzeichnis für Material und Laborkosten. Das heißt, es gibt eine Regelung, was erstattet wird und was nicht. Diese Sicherheit haben dann beide Seiten. Das heißt also, wenn da eine Maßnahme notwendig ist, geht man mit diesem Preis-Leistungs-Verzeichnis zum Zahnarzt und sagt, lieber Zahnarzt, dein Labor muss bitte mit diesen Kosten auskommen. Und dann wird das in der Regel auch funktionieren. Ja, dann sagt der Tarif hier generell, dass ein Heil- und Kostenplan vorgelegt werden muss, wenn eine Zahnersatzmaßnahme ansteht, ist natürlich theoretisch erstmal ein Nachteil, weil das bisher nicht der Fall war. Aber eigentlich ist es wieder ein Vorteil, denn das verschafft beiden Seiten die Sicherheit, nämlich der Versicherung und auch dem Patienten, was wird bezahlt. Und da weiß ich genau, worauf ich mich einlasse, beziehungsweise welche Restkosten ich zu befürchten habe oder wo dann vielleicht nochmal nachjustiert werden muss im Angebot. All diese Möglichkeiten habe ich nicht, wenn ich einfach nur zum Arzt gehe, eine Rechnung bekomme, die einreiche und dann im Prinzip das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ich da halt eben keinerlei Möglichkeiten mehr habe, zu reagieren. Also von daher auch ein absoluter Vorteil dem Grunde nach. Ja, das waren jetzt ein paar wenige Punkte. Das war es auch schon. Ja, also mehr Nachteile gibt es in diesem Tarif nicht. Also ich denke mal, der relevanteste ist in der Tat der der Selbstverteidigung. Und den behalten wir jetzt einfach mal im Hinterkopf. So, jetzt haben wir natürlich auch eine ganze Reihe von Vorteilen. Also so sieht der Tarif zum Beispiel vor, dass im Zahnarztbereich halt eben nicht die Höchstgrenze 3,5 gilt, sondern auch darüber hinaus abgerechnet werden kann, wenn das denn angemessen und medizinisch notwendig ist. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil die Fallzahlen der Fälle, wo es über 3,5 abgerechnet wird, gerade im dentalen Bereich mit Abstand am höchsten ist, ja, also Faktor 10 im Verhältnis zu den stationären Geschichten. Zum Thema Gebührenordnung für Ärzte, wie die genau funktioniert, gibt es auf diesem Kanal auch ein Video, was wir unterhalb dieses Videos auch nochmal verlinken, damit du nochmal genau nachvollziehen kannst, was das hiermit eigentlich gemeint. Wie gesagt, Kernaussage ist, hier geht es über 3,5 und im dentalen Bereich ist das auch der häufigste Anwendungsfall. Von daher ist das hier auf jeden Fall auch ein Vorteil, dass das hier dementsprechend geregelt ist. Dann haben wir hier einen Hilfsmittelkatalog, der ist offen für lebensalte Hilfsmittel. Ich werde jetzt in naher Zukunft zum Thema Hilfsmittel auch ein Video einstellen. Wichtig hier ist, offen heißt, alles ist erstattungsfähig, was lebenserhaltend ist, während es bei einem geschlossenen Hilfsmittelkatalog, so wie es bisher denn der Fall ist, bedeutet A, B, C ist versichert. Brauchst du D, lieber Kunde, hast du Pech gehabt, weil das steht nicht in den Bedingungen drin. Ja, und das ist halt eben hier, offene Formulierungen sind hier wirklich wesentlich hilfreicher, weil das halt eben dann letztendlich alle Möglichkeiten offen lässt. Offene Formulierungen kann man zum Beispiel daran erkennen, dass es eben eine zum Beispiel Aufzählung gibt. Erstattungsfähig sind lebenserhaltende Hilfsmittel, zum Beispiel Heimdialysegerät, Atemmonitor oder ähnliches. Das heißt, diese zum Beispiel Formulierung bedeutet im Umkehrschluss, das ist nur ein Beispiel, das ist keine abschließende Aufzählung. Während bei einem geschlossenen Hilfsmittelkatalog dann steht A, B, C, fertig. Aber wie gesagt, dazu gibt es ein separates Video. Dann haben wir hier die Ergotherapie durch einen Ergotherapeuten ordentlich abgedeckt. In dem bisherigen Tarif ist das nicht der Fall, ist historisch bedingt. Früher haben das Ärzte gemacht, heute ist das ein eigener Heilberuf. Um Rechtssicherheit zu haben, macht es Sinn, dass dieser eigene Heilberuf in dem jeweiligen Tarif auch benannt ist, damit man letztendlich halt eben nachher nicht diskutieren muss, ob die Ergotherapie durch einen Ergotherapeuten auch erstattungsfähig ist oder ob es eben ein Arzt hätte sein müssen, der nach Gebührenordnung für Ärzte abrechnet. Gut, dann haben wir hier noch Schutzimpfung mit dabei. Das ist auch nice to have, ja, aber jetzt sicherlich nicht medizinisch so sehr relevant. Ein höheres Ersatzkrankenhaus-Tagegeld, was aus meiner Sicht nett ist, aber ich würde persönlich nie auf den Wahlarzt verzichten oder auf die Zwei-Bett-Unterbringung oder Ein-Bett-Unterbringung. Demzufolge ist das schön zu haben, aber wird praktisch keine Relevanz haben. Wir haben hier auch ambulante Operationen sowie vor und nach stationäre Behandlungen mitversichert. Das ist bisher nicht der Fall. Das heißt, ich müsste immer mit Übernachtung dort untergebracht werden. Das erschließt sich natürlich erstmal nicht, weil die Kosten natürlich deutlich höher wären. Wenn ich aber eine ambulante OP haben kann und dann auch abends direkt wieder zu Hause sein kann, finde ich das persönlich sehr, sehr angenehm, wenn das medizinisch passt. Von daher ist es hier gut, dass auch das klar geregelt ist. Zahnersatzimplantate werden hier zu 80 Prozent versichert statt bisher 75. Vorsorgeuntersuchungen erfolgen unabhängig von der Selbstbeteiligung und unabhängig von der Erstattung durch die Beitragsrückerstattung. Das heißt also, hier kann auch die höhere Selbstbeteiligung grundsätzlich unter Umständen kein Problem sein in der Situation, wo ich jetzt überwiegend Vorsorgeuntersuchungen habe und auch noch darauf spekuliere, eine Beitragsrückerstattung zu bekommen. Demzufolge kann das hier natürlich auch ein deutlicher Vorteil sein. Ich habe eine höhere Beitragsrückerstattung im Falle von Leistungsfreiheit. Das ist auch ganz gut. Weltlich bin ich unbegrenzt versichert, während das hier halt eben grundsätzlich nur auf zwölf Monate begrenzt ist, was natürlich auch in den allermeisten Fällen ausreichen wird. Aber hier habe ich eben absolute Weltgeltung. Stationäre Kuren hätte ich noch mit dabei, die sind bisher nicht versichert. Wobei hier aber die ambulanten Kuren zum Beispiel auch ohne Rechnungsbegrenzung sogar noch dabei sind. Bisher wurden hier alle zwei Jahre maximal 950 Euro bezahlt. Ich persönlich halte das Thema Kuren für vergleichsweise überschätzt, weil es halt eben tatsächlich selten von Privatpatienten genutzt wurde, zumindest nach meiner bisherigen persönlichen Erfahrung. Wenn du das anders sehen solltest, kannst du gerne unterhalb dieses Videos das kommentieren. Aber wie gesagt, das ist ja Ansichtssache. Hier ist es auf jeden Fall gut, dass es mit drin ist. Das schadet auf jeden Fall mal nicht. Das waren jetzt eine ganze Reihe von Vorteilen. Also im Verhältnis auf jeden Fall mehr, als es Nachteile gibt. Ja, auch der Nachteil der Selbstverteilung ist dann teilweise schon kompensiert durch andere Regeln, was das Thema Vorsorgebeitragsrückerstattung angeht. Ja, und im Ergebnis ist es so, dass der Kunde ja aktuell 649,70 Euro zahlt. Und durch die, übrigens im Alter von 60 Jahren, und durch die Umstellung jetzt hier ein monatliches Beitragsersparnis hat von 305,82 Euro. Das sind 3.669,84 Euro pro Jahr. Und da darf man wirklich davon sprechen, dass das ja absolut gewaltig ist. Das ist fast eine Halbierung des Beitrages. Wirklich komplett auf Augenhöhe bei vergleichbar guten Leistungen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall aller Bonheur. Ja, also 3.670 Euro zu sparen. Gut, jetzt ziehe ich gedanklich die Selbstbeteiligung noch ab. Dann sind es immer noch 2.899,84 Euro. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist ein absolut sinnvoller Tarifwechsel. Und den muss man hier auch durchführen. Und demzufolge freue ich mich, dass unser Kunde das natürlich genauso entschieden hat. Und das letztendlich mittlerweile auch schon dokumentiert ist. Ja, ein weiteres Praxisbeispiel rund um das Thema PKV. Das ist unser Kerngeschäft. Das habe ich in den letzten 10 Jahren weit über 25.000 Mal überprüft. Einsparung von weit über 70 Millionen Euro für meine Kunden schon realisiert. Mit meinem Team gemeinsam natürlich. Und naja, ich denke, das macht absolut Sinn. Auch für dich, wenn du privat versichert bist, einfach mal deinen Versicherungsschein herzuschicken. Wir schauen uns das an. Und naja, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Zeit. Freue mich über dieses Ergebnis. Und freue mich auf alle weiteren, die noch folgen werden. Herzliche Grüße und bis bald. Dein Ralf Willems. Vielen Dank, dass du dir mein Video angeschaut hast. Gib dem Video bitte jetzt einen Daumen hoch, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und abonniere den Kanal, damit du weitere wichtige Informationen rund um das Thema private Krankenversicherung erhältst. Unterhalb dieses Videos hast du die Möglichkeit, das Video zu kommentieren. Hier kannst du Änderungshinweise oder Ergänzungen oder vielleicht auch eigene persönliche Erfahrungen hinzufügen. Wenn du selbst privat krankenversichert bist, dann gib dir jetzt die Chance, von meinem Know-how zu profitieren. In 9 von 10 Fällen können wir nachhaltige Verbesserungen vorschlagen und auch umsetzen. Unterhalb dieses Videos findest du Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, um vollkommen risikolos und unverbindlich zu prüfen, ob wir auch bei deinem Krankenversicherungsvertrag deutliche Einsparungen realisieren können. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, dein Ralf Willims.